Hallo liebe und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Endlich bin ich wieder da und ich bin hier für euch da, für mit meinen Jahresfavoriten dieses Jahr. Und zwar, ich habe den ganzen Tisch voller Produkte. Wirklich von einem Primer bis praktisch zu Pinseln, die ich ein paar einzelne euch zeigen kann. Natürlich einen Haufen von Litschappenpaletten, Foundations, Highlighter, Mascaras, Setting Sprays und natürlich sehr, sehr viele Lippenprodukte. Und da wollte ich euch einfach mal dieses Jahr zeigen, was ich besonders viel benutzt habe, was dieses Jahr besonders für mich war. Und ich habe jetzt aber die letzten Tage sehr viel Stress gehabt. Der kleine Nuki ist ja eingezogen. Da ist er. Ja, der kleine Nuki ist eingezogen und wir sind halt sehr beschäftigt damit, ihn sauber zu kriegen, dass er praktisch nicht reinpillert die ganze Zeit. Er macht das auch ganz, ganz toll. Er ist echt eine kleine Handvoll Glück. Also er ist total süß. Also er ist ein rein rassiger Chihuahua. Er ist total süß. Der Eli versteht sich sehr gut mit ihm. Die Katzen verstehen sich auch sehr gut mit ihm. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Toi, 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 klopfen, klopfen, dass es auch schön weiter so klappt. Ähm, und ich möchte eigentlich auch gar nicht so arg viel drumrum herum reden, weil das Video sowieso sehr, sehr lang wird. Ich erinnere euch noch daran, dass ich praktisch eine Verlosung laufen habe bis zum 6.1. Und ich hoffe, dass ihr da sehr, sehr gern teilnehmen wollt. Ich verlinke euch dieses Video sehr, sehr gern unten und oben in dem I in der Infobox. Und ich würde sagen, wir hauen jetzt erstmal rein mit meinem Primer, Setting Sprays und so weiter. Ich habe dieses Jahr tatsächlich ganz wenig Primer benutzt. Und zwar, ich habe für mich die Origins Ginseng Energy Boosting Gel Moisturizer entdeckt. Dieser Gel Moisturizer, ähm, den habe ich komplett schon einmal aufgebraucht. Der da ist schon auch schon auf dem halben Weg am Ende. Ähm, kostet um die, ich glaube, 30 Euro. Und ich habe wirklich jede Foundation dieses Jahr damit aufgetragen. Matte Foundations, Luminous Foundations, egal welche Foundations. Und ich war so, so zufrieden mit diesem Produkt. Ähm, ich finde, das riecht auch total geil nach Orangenblüte. Und, ähm, ist für mich sehr, sehr angenehm. Ich trage das vor der Arbeit, nach der Arbeit, während der Arbeit. Ähm, das ist die größte Packung. Die könnt ihr, ich habe die bei 20 Prozent, bekommt ihr die für um die 20 Euro, 23 Euro. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Ähm, ich kann damit wirklich alle Foundations auftragen. Ich habe wirklich große Probleme mit so, weiß ich nicht, so Unterlagen irgendwie. Ich kann meine Foundations aufgrund meiner fettigen Haut natürlich auch ohne irgendwas tragen. Aber das da hat dieses Jahr echt extrem viel verändert. Weiter, wir machen wir mal bei Foundations. Foundations, ich habe dieses Jahr sehr, sehr, sehr viel High End probiert. Ähm, ich habe einfach so einen Hang dazu entdeckt, weil halt auch natürlich Beauty Bay mir es sehr leicht macht. Durch die 30 Prozent Seals habt ihr einfach auch einen super, super Zugang einfach zu so günstigen Produkten. Weil, also da kostet halt dann plötzlich euer Produkt plötzlich mal 8, 9 bis 10 Euro weniger. Und das ist natürlich ein großes Argument dafür, mal welche auszuprobieren. Die Foundations, die ich mitunter am meisten benutzt habe, habe ich jetzt hier auf dem Tisch. Und zwar habe ich einmal aus der Druckerie die Fit Me Foundation Matte & Poreless in der 128. Das ist die beste gelbstickige, ähm, also die ist auch ziemlich leer. Da passt noch eine auf. Und das ist so praktisch meine Foundation, die ich jeden Tag zur Arbeit trage. Ähm, es gibt da ganz wenig, äh, Ausnahmen, äh, welche ich mal sonst benutze. Die Fenty Beauty Foundation zum Beispiel habe ich jetzt auch gleich in meinem Favoriten. Zeige ich euch gleich die Flasche. Die verdammt ähnlich ist wie die. Ich finde die wunderschön. Ein ganz, ganz tolles Finish. Also mir gefällt die unnormal gut. Gut, dann habe ich dieses Jahr immer wieder ganz gerne benutzt, die HD Liquid Coverage Foundation. Und zwar in der Farbe 035. Ähm, es gibt online bei Cosmetic for Last oder bei DM, könnt ihr die andere Farben davon bekommen. Da könnt ihr wirklich bis in sehr, sehr dunkle Hauttöne, könnt ihr praktisch diese Foundation bekommen. Ähm, sie haben halt die Farbrange etwas erweitert, aber halt natürlich nicht in dem, was ich eigentlich doof finde, eigentlich im Sortiment, praktisch in der Drogerie selber. Weil dafür die Theken einfach zu klein sind. Und da haben die praktisch nur solche Standardfarben. Leider Gottes für den Durchschnittsfarbtyp einfach so in natten Beige oder sowas wie ich jetzt. Und, ähm, ich habe mir praktisch die Farbe Natural Beige gekauft. Habe manchmal auch so ein bisschen Yellowing Drops reingemacht. Ähm, von, äh, von LA Girl habe ich mir welche geholt. Und dann konnte ich die ein bisschen gelber machen. Das hat wirklich super funktioniert. Dann eine super geile Entdeckung dieses Jahr ist die LA Girl Pro Matte Foundation. Das ist diese hier. Ich habe die in der Farbe Medium Beige. Ich bin eigentlich immer so Medium Beige, Natural Tan, so in die Richtung. Ähm, ein sehr gelbstichiger Unterton. So Oliv bin ich. Also, das ist einfach so, was ich über die Jahre so ein bisschen rausbekommen habe. Ich habe früher sehr oft sehr rot-peachig-stichige Foundations benutzt. Das hat gar nicht für mich funktioniert. Aber das ist eine wunderschöne Foundation. Ähm, ich zeige euch später die, das Setting Spray, beziehungsweise die ganzen Produkte, die ich noch dazu verwendet habe. Ähm, es hat bei mir dieses Jahr einen großen Unterschied gemacht, was für Puder ich zum Beispiel benutzt habe, weil manche Foundations plötzlich nicht so flawless ausgesehen haben. Aber die da sieht immer mega aus. Und dann habe ich hier noch die Fenty Beauty Pro Filter Foundation in der Farbe 240 habe ich die, glaube ich. Genau. Ähm, eines der Best Ten Foundations, die ich das ganze Jahr oder in meinem ganzen Leben je probiert habe. Die macht ein so, so tolles Finish. Ihr könnt wirklich ganz, ganz wenig davon auftragen und habt dann praktisch wie so eine CC-Cream-Effekt. Ihr könnt die aber auch Full Coverage auftragen. Aber der absolute Hitze, den ich dieses Jahr für mich einfach entdeckt habe, ähm, ich habe die All Nighter Foundation von Urban Decay in zwei Farben und habe dieses Jahr einfach viele, viele Foundations ausgetestet. Ich habe hier einmal die 5 und einmal die 4. Meine, also meine Foundation, die ich jetzt trage, ist auch die 4. Ähm, das ist wirklich, ähm, also ihr müsst sehen, die, bei der Urban Decay Foundation ist es so, wenn da 5,5 steht, ist es immer auch immer der peachigere Stich und die, äh, und die 0,0 ist immer praktisch das gelbstichigere Programm davon. Ähm, ich habe praktisch einmal so ein bisschen so eine Sommerfarbe, ähm, die kommt mit so einem übelst schönen Kummstoß. Ich mag die Flasche unheimlich gern, also das ist wirklich total schön gemacht. Ähm, und ich liebe diese Foundation, die macht bei mir wirklich, wenn ihr die aufträgt, ihr müsst sehr schneller. Weil das halt wirklich sehr, sehr, sehr schnell eintrocknet, aber die macht einfach ein unfassbares Finish. Mir gefällt die unnormal gut. Und das sind so diese 5, 6 Foundations, die ich wirklich immer durchteste. Ähm, die Superstay 24 Hours, die habe ich jetzt wirklich schon ein paar Monate nicht mehr geprobiert. Das ist diese, dieser ganz krass gehypte. Die ist auch eine wunderschöne Foundation. Also, aber das ist jetzt nicht eines meiner Jahresfavoriten, weil das ist halt so ein All Time. Ähm, zum Beispiel, das ist auch eine ganz tolle Foundation. Die Born This Way Foundation. Das ist aber eine Foundation, die ich wirklich nur benutze, wenn es wirklich ganz wenig Covered sein würde. Dieses Jahr habe ich, äh, nicht so häufig die Estée Lauder Double Wear Foundation benutzt. Die ist noch gut, die ist auch super. Ähm, die gefällt mir auch richtig gut. Ähm, aber ich habe da drei Farben. Da ist das Mischverhältnis immer sehr schwierig. Aber wenn ich jetzt ein Long Lasting Make-Up haben möchte, was wirklich den ganzen Tag hebt, so wie heute. Wir gehen heute, also praktisch, ähm, also am Samstag, ich kriege das Video jetzt am Sonntag, äh, gehen wir zur Oma von meinem Freund und gehen noch essen mit Freunden. Das heißt, ich bin irgendwie 6, 7, 8 Stunden mit dem Make-Up unterwegs. Das muss dann einfach auch sitzen. Und das ist auch immer die richtige Foundation dazu. Beim Thema Setting, äh, Setten ist dieses Jahr bei mir sehr, sehr viel aufgekommen. Ich habe sehr, sehr viel mehr gesettet, wie ich es früher getan habe. Und zwar habe ich hier drei Puder. Das eine ist sehr neu, was ich aber unfassbar gut finde. Und zwar habe ich hier, äh, drei Puder. Ich fange mal an mit dem All-Time-Favorite, dem Cody Airspun. Äh, das ist praktisch ein Puder, was ihr bei Amazon bestellen könnt. Das stinkt ganz schlimm nach alte Oma-Parfüm. Aber es ist wunderschön von der Formulierung. Ihr kriegt wirklich ein Arschvoll-Produkt. Das Problem ist, grundsätzlich, wenn es ankommt, ist irgendwie der, der ganze Deckel verschmiert. Das ist total übel. Also das ist das Einzige. Der Geruch stört mich gar nicht. Ähm, gerade für Leute, die so Theater-Make-Up, Drag-Make-Up oder zum Beispiel auch sowas wie ich, einfach in der Arbeit brutal, also einfach darauf angewiesen sind, dass es ewig hebt, ähm, ist es auf jeden Fall das richtige, richtige Puder für euch. Dann habe ich hier noch zwei Puder, die sehr, sehr, sehr teuer sind. Aber ich muss sagen, das hat jeden Cent, ist gerechtfertigt. Ich habe hier einmal das Peach Perfect von Too Faced. Das ist dieses ganz, ganz tolle Translucent Powder. Ich habe das auch komplett über meinem Gesicht. Kein einziges Puder, was ich dieses Jahr benutzt habe, neben dem Cody Airspun, aber jetzt nicht in der Qualität. Hat mein Make-up immer flawless aussehen lassen. Dieses Puder ist auch eins, wenn euer Make-up nicht so toll aussieht, holt es irgendwie immer noch mal einen Kick raus. Es gibt irgendwie so einen leichten Schimmer, aber irgendwie ist es doch matt. Also euer Make-up bleibt unfassbar lange. Ähm, ihr kriegt praktisch das in so einem, mit so einem Sifterchill. Ich kipp mir praktisch immer das Produkt hier so ein bisschen drauf und gebe es mir dann ins Gesicht. Aber es ist ein ganz tolles Puder. Es hat halt, wenn ihr es einatmet, so einen richtigen Pfirsich-Duft. Also das hat es ja schon ein bisschen extrem. Mein armer Nuki wird jetzt gerade zugepudert. Ähm, und dann habe ich noch, ähm, das Puder finde ich unglaublich gut. Hourglass ist wirklich eines der krassesten Marken, die ich dieses Jahr entdeckt habe. Ähm, ihr dürft euch jetzt auch nicht wundern. Ich habe wirklich zum Beispiel bei Lidscharpenpaletten einige nicht-high-end Produkte. Lippenstifte zum Beispiel auch alles nicht immer high-end. Aber bei Complexion-Produkten, wie zum Beispiel Foundation, meine ganze Grundierung, muss ich sagen, kann ich fast nicht mehr ohne meine high-end Produkte machen. Ich habe hier das, äh, Veil Powder, das Translucent Powder von Hourglass. Das ganze Teil kostet 50 Euro. Und ich sage euch ehrlich, das ist magic in a bottle. Das ist so, so toll. Ähm, ihr habt wirklich so einen ganz tollen, luxuriösen Sifter. Ähm, da kriegt ihr wirklich die perfekte Menge am Produkt. Das ist alles, was ihr braucht. Auch die Unteraugenregionen werden smooth. Ihr habt keine Falten. Ihr habt gar nichts. Und es ist so, so schönes Puder. Ähm, ich bin sehr sparsam damit. Also, Gott, mein armer Hund. Wird eingepudert. Also, es ist wirklich ein Puder, was sich ganz, ganz toll in eure Augen legt und praktisch überhaupt nicht schlecht aussieht. Aber, um das Ganze natürlich allgemein zu setten, habe ich noch ein paar andere Produkte. Und da sind auch ein paar Produkte dabei, die ich immer noch toll finde. Das Essence Brighten Up Powder, das Bananen Powder, da habe ich auch schon, ich glaube, das dritte oder vierte Mal Hit the Pan erreicht. Das ist so das ultimative Puder, was ich wirklich in den Lachfalten und an der Nase und unter den Augen benutze, wenn ich gerade nicht dieses Puder in der Hand habe. Ähm, das ist halt absolut das, was ich so für meinen absoluten Alltag benutze. Also, ich brauche kein teures Puder, um mein Alltags-Make-up zu machen. Gar nicht. Nur zum Beispiel jetzt das Make-up, was ich hier habe, auch auf den Augen. Werdet ihr gleich sehen, was ich da für eine tolle Palette im Gesicht habe. Dann habe ich hier das Sephora Foundation Kompakt Puder. Ähm, das ist seitdem Sephora da ist. Das ist ein unfassbar weiches, aber mit Coverage von Puder Foundation. Das gebe ich ganz, ganz oft, ganz seicht nochmal übers Gesicht drüber. Das ist eine ganz tolle, cremige, pudrige Konsistenz. Da ist nochmal so ein Schwämmchen drunter. Das benutzt aber kein Sack. Also, ich benutze das nicht. Ähm, das habe ich mir in Berlin gekauft, ähm, mit dem Markt zusammen, wo wir auf der Glow gewesen sind, weil ich irgendwie noch so einen Setting-Powder gebraucht habe. Und das hat, glaube ich, 15 Euro gekostet. Aber ich fand das so irre von der Konsistenz. Wenn ihr das aufs Gesicht legt, gibt es auch so einen richtig tollen Filter-Effekt. Das ist so toll. Dann muss ich einfach dazu, äh, zu übergehen. Ich zeige euch nochmal die zwei Setting-Powders, die ich wirklich unfassbar benutzt habe und die immer noch nicht tot sind. Ich habe hier die zwei Ambient-Light-Powders, und zwar Ambient-Lightning-Powders von Hourglass. Nicht nur, dass die Packung richtig schön ist, die sind sehr, sehr teuer. Also, da kostet einer so um die 48 Euro. Ich muss euch aber sagen, dass das unfassbar tolles Produkt ist. Ihr kriegt also nicht nur, dass das unfassbar fein und samt ist, sondern wenn ihr das praktisch übers Gesicht gebt, zum Beispiel jetzt hier, wie ihr seht, ihr habt so einen leichten Schimmer hier auf meinem Gesicht. Das ist nicht, ähm, ich habe eine komplett matte, äh, Urban Decay-Foundation drauf. Aber dadurch, dass ihr praktisch dieses, dieses Puder drüber macht, gebt ihr dem Gesicht unfassbar viel Leben zurück. Habt dann praktisch nochmal so einen richtigen Schimmer drüber. Und ich habe die Farbe Diffused Light und Dim Light. Also, Dim Light ist so, es ist halt so ein richtig schönes Puder, also, wenn ihr das so drüber gebt, ja. Ich kann das euch gar nicht beschreiben. Das gibt der Haut so einen ganz tollen Sheen. Das ist aber nicht so, dass das praktisch irgendwie wie ein Highlighter wirkt. Ähm, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr super Settle euren Highlighter haben wollt, könnt ihr auch das zum Beispiel auf die Cheekbones aufgeben. Das sind wirklich die Produkte Hourglass. Ich feiere die dieses Jahr unnormal. Also, Bronzer war dieses Jahr auch ein ganz, ganz großes Thema, was ich ehrlich gesagt gar nicht ignorieren konnte. Ich habe ganz, ganz viele Produkte dieses Jahr getestet. Ähm, dieses Jahr war aufgrund dessen, dass es ja so die Starterjahr war von YouTube, was unfassbar turbulent und geil war irgendwie. Ähm, ich habe so, so viele Produkte getestet, wo ich wirklich sagen muss, ähm, da gibt es halt so sechs, sieben Produkte, die dieses Jahr gerade im Bronzerbereich extrem, extrem gut waren. Wir haben plötzlich den Access zu Physicians Formula bekommen. Und zwar, auch die Alida liebt diesen Butter Bronzer. Ich liebe diesen Butter Bronzer. Der Butter Bronzer ist tatsächlich eins der, das ist das weichste, der weichste Powder Bronzer, den ihr bekommen könnt. Der ist hier in Deutschland einfach viel zu teuer. Ich weiß auch nicht, ich finde, da vergeht einem so ein bisschen die Lust, wenn man weiß, dass diese Sachen eigentlich nur ein paar Dollar kosten in Amerika, aber hier einfach mal 20 Euro, das ist dann schon, deswegen sage ich eher High-End, ja. Ähm, das ist Drogerie in Amerika, aber hier ist es halt schon fast High-End. Der Butter Bronzer, den könnt ihr bei Douglas bestellen, den könnt ihr auch praktisch bei verschiedenen anderen, äh, Dinger bestellen. Ich glaube, bei The Make-Up Spot könnt ihr das noch bestellen. Aber so, so ein schönes Produkt und unglaublich kann man gar nichts anderes sagen. Eine ganz, ganz große Liebe von mir dieses Jahr war auch zum Beispiel die ganze Too Faced Reihe. Also Too Faced habe ich dieses Jahr auch ganz, ganz viel getestet. Lidschatten, das Puder zum Beispiel, das ist wirklich eine ganz große Liebe von mir. Und ich habe hier zwei Bronzer und zwar einmal den Sun Bunny Bronzer, den ich auch sehr, sehr gut genutzt habe. Das sind eher diese Shimmering Bronzer. Die kamen mit einer neuen Verpackung, was ich sehr, sehr edel fand. Ähm, und dann habe ich hier noch den aus der Chocolate Soleil. Da habe ich jetzt später auch noch einen anderen Favoriten von euch aus der Reihe. Auch diesen wunderschön, ähm, eher, ja, mit so Reflex, äh, praktisch. Und, ähm, das sind praktisch so Bronzer, wo ich persönlich einfach sagen muss, das ist einfach definitiv ihr Geld wert. Ähm, ich sag ja, ich denke halt, wenn ihr so Make-Up Anfänger seid, ist es immer, immer, immer ratsam, wirklich erstmal auf die Haut zu gehen, um dann später eure Lidschatten-Techniken. Lidschatten sind halt, wenn ihr ein bisschen Übung habt, viel YouTube schaut, ist das echt das kleinere Problem. Aber eine schöne Haut zu zaubern, fand ich immer noch am schwersten, auch früher schon. Jetzt schmeiße ich meine Sachen runter. Ich habe hier den Joelle, äh, Medium to Dove Duos Bronzer. Und zwar ist es dieser hier. Ähm, das ist diese Verpackung hier. Und zwar ist es dieser Duo Bronzer. Ich benutze beide täglich und jeden Tag, ähm, teilweise diesen als Bronzer und den einfach als Blush vorne dran. Ich liebe diese Duos. Also ich habe auch die Blush-Bouquets, also ich habe die ganzen, ich habe sie alle mittlerweile gekauft, weil ich in jedem Beauty-Base-Sale irgendwas aufgekauft habe, weil, ehrlich gesagt, die Farben so unfassbar gut sind. Ähm, dann muss ich ganz klar sagen, der Hatice Schmidt bronzt die Wand an von Love. Ähm, ich habe sogar Hit the Pan erreicht. Gott sei Dank habe ich noch diverse, äh, mir greifen können. Ich habe, glaube ich, auch drei oder vier Backups. Und wunderschöner Bronzer. Ich habe den heute im Gesicht. Ich habe mir halt durch dieses Puder, Contouring und Bronzen total sparen können. Es ist total geil. Also es hat so Spaß gemacht. Ähm, ich habe eine original unterschriebene Version davon. Ähm, das bedeutet mir wahnsinnig viel. Also es ist ein so krasser Bronzer. Ich liebe den, weil er einfach so, der, der ist so schön neutral, aber nicht so arg, ähm, farbspezifisch ausgerichtet. Also nicht für jemanden, der so warm oder so einen kühlen Unterton hat. Und was ich jetzt auch wieder sagen muss, Hourglass. Ich habe von Hourglass mir den Ambient Lined Luminous Bronze Light gekauft. Das ist der Bronzer. Das ist nicht nur ein Bronzer, das ist der Bronzer. Ähm, es gibt da ganz, ganz verschiedene. Ich habe zum Beispiel jetzt hier so eine kleine Macke drin. Das ist wirklich ein so, so schöner Bronzer. Der gibt euch ganz, ganz tolle Schimmer. Äh, das ist aber kein so ein stark Matter. Das ist so ein Satin Matter. Und ich finde den so, so, so schön. Äh, unglaublich. Und ich habe auch wirklich so gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, ich würde mir jetzt aber nur den kaufen, weil ehrlich gesagt, ihr müsst halt überlegen. Alleine für die Sachen zahlt ihr halt 150 Euro. Das ist sehr viel Geld. Ich habe mir halt Stück für Stück mal ein Stück gekauft. Und dann auch nur im Sale. Ähm, die meisten Sachen, die ihr hier seht, ja, die sind nie außerhalb des Sales gekauft. Weil ich einfach mittlerweile wirklich, ähm, so on the hand bin. Wirklich warte, bis Beauty Bear irgendwelche Sales hat. Und es lohnt sich einfach auch komplett zu warten. Ähm, Nuki, ich bin sauber. Er leckt gerade meine Hand. Die nächste Kategorie, die ich gerne mit euch anschlagen möchte, ist, äh, Blushes. Also Blushes, die sind wirklich... Ich trage sehr gerne Blush. Ich habe auch mittlerweile so... eher so eine Tendenz. Ich habe zum Beispiel berryige Blushe und so peachige Blushe. Also richtig apricotfarbene. Finde ich richtig geil. Und ich zeige euch mal ein paar, die mir sehr gut gefallen haben. dieses Jahr. Und zwar diesen hier zeige ich euch stellvertretend zu allen, die ich besitze. Und zwar sind es die Blush Duos von Joué. Also, äh, Joué ist... Die Dinger sind echt nicht billig. Ich glaube, 5, 6 Stück. Und da kostet einer, glaube ich, 28 Euro. Ich habe sie immer im 30%-Ziel. Da könnt ihr halt wirklich... Da seid ihr dann so bei 20 Euro ungefähr. Ähm, da könnt ihr wirklich, wirklich sparen. Und das sind so schöne Blushe. Die lassen sich super auftragen, aufbauen. Die lassen sich ganz, ganz leicht verblenden. Und das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz große Liebe von mir. Ich habe alle davon. Ich habe alle Farben, also in so einem Berry-Ton. Ähm, ich habe die jetzt hier irgendwo in der Schublade. Aber wenn ich jetzt die Beine spreize, dann geht der Nuki. Ähm, und ich habe ganz, ganz viele davon mittlerweile. Ähm, ich habe jetzt auch zum Beispiel aus der MAC, äh, Limited Edition, einen, einen Favorite. Den benutze ich täglich. Und zwar ist es der so I'm Not Blushing von MAC, von dieser Patrick Star. Ich liebe Patrick Star. Ich habe auch ehrlich gesagt nur diese, äh, nur diese Limited Edition gekauft. Alle anderen haben mich irgendwie nicht so gereizt oder irgendwie nicht so richtig gecatcht. Aber da muss ich sagen, der ist wunderschön. Ich benutze oft diesen oberen, zum Beispiel, weil ich mega faul bin. Mit einer schmalen BH Brush gehe ich dann hier oben rein, mache daraus meinen Bronzer und gehe dann mit dem hier nochmal so über, über meine Haut drüber. Und das ist so ein ganz toller, koralliger Blush. Der sieht unfassbar schön aus und der gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, den könnt ihr auch noch bekommen bei MAC. Ich denke eigentlich schon. Dann habe ich mir bei The Beautiful Minds Empower Other Marble Baked Blush von Love gekauft. Und zwar diesen hier. Ähm, ich fand den so, so interessant. Und ich habe den tatsächlich erst vor zwei Monaten in diesem krassen Sale, wo ich euch erzählt hatte, wo, ähm, DM, äh, Love, also Love teilweise rausgenommen hat, haben die ja die komplette, äh, Sortiment teilweise raus. Und die, weil DM ja oft ist, nur online stellt. Und das ist der Shit, sage ich euch. Oh mein Gott, ich bin müde vor lauter Favoriten. Und dann habe ich euch noch zwei so günstige, die ich unfassbar schön finde. Alverde zum Beispiel benutze ich eigentlich fast gar nichts. Ich habe zum Beispiel den Hydro Primer, der ist sehr, sehr gut. Also das ist so eine Art Hyaluron Primer, der ist richtig geil. Und die haben auch ganz, ganz tolle Blusche. Also Alverde, scheißegal, was man vom Make-up, ich würde jetzt auch nicht unbedingt Alverde als Make-up kaufen. Aber dieser Holographic Rouge, der ist ganz, ganz neu. Den habe ich jetzt vor, ich glaube, eineinhalb Monaten entdeckt. Und das ist ein so schöner, äh, euch frisch aussehender Blush, also so, das ist so einer, den geht ihr ganz leicht in eure Brush, Blush, Blush und tragt es praktisch so auf eure Wangen auf. Und ihr seht immer so frisch damit aus. Also das ist wirklich ein totaler, das ist diese Verpackung. Ist ein sehr, sehr schöner Blush. Und dann muss ich halt sagen, Essence hat halt auch geile Blusche. Und das ist einer, ich glaube, der kostet nicht mal einen Euro oder so. Das ist die Farbe Sherry Me Up. Das ist eins meiner Lieblingsfarben. Das ist so mein Alltagston, wo ich einfach jeden Tag benutzen könnte. Aber die beste Kategorie, die ihr wahrscheinlich alle ziemlich erwartet, sind Highlighter. Und da habe ich viel zu viel. Also, Highlighter waren dieses Jahr extrem schlecht drauf. Also ich war heute dieses Jahr sehr, sehr krass mit Highlightern unterwegs. Ich habe vorher nie Highlighter getragen. Ähm, ich trage aber eigentlich mittlerweile jeden Tag Highlighter. Und zwar, ähm, Alida und ich haben uns den zusammen gegönnt. Und zwar den Anastasia Beverly Hills Amreezy Highlighter. Leute, wenn ihr den noch nicht habt, kauft euch den bitte. Tut mir den gefallen. Das ist einfach ein so toller, nasser Highlighter. Und das Schöne ist, der lässt sich so ins Nichts verblenden. Das ist halt, also ich bin mir auch sicher, wenn man den richtig gut auftragen würde mit so einer fetten Brush, kann man den auch so übers ganze Gesicht tragen. Dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil der ist so fein. Und ihr seht ja, ähm, das ist auch so ein Highlighter, der nicht eure Pickel oder Unebenheiten irgendwie hervorsticht. Ich habe öfters mal Kommentare bekommen, dass ich das ein bisschen zu übertreibe, praktisch das, ähm, dass praktisch Highlighter zu arg zu sehen ist. Das ist aber mein Style, Leute. Ich trage super gerne Highlighter. Und es ist mir eigentlich egal, ob meine Haut mal scheiße aussieht oder nicht. Das ist komplett menschlich, finde ich. Aber der Embrise Highlighter ist wirklich seit, ich glaube, sechs Wochen lebt er bei mir. Und der lebt bei mir immer im Gesicht. Dann immer wieder ein absoluter Klassiker sind praktisch die Hatice Schmidt und die normalen Becker Highlighter. Ich habe den Hatice Schmidt, den Berlin Glow, ganz, ganz spät für mich entdeckt. Wunderschöner Highlighter. Ich fand ihn erst ein bisschen zu hell. Aber wenn man etwas großflächiger auftritt, sieht der halt einfach nur sowas von nass aus. Richtig geil. Den trage ich auch hier so in dem Bogen etwas in der Mitte zentriert. Und dann habe ich hier noch einen, den ich mega oft im Sommer trage. Das ist der Champagne Pop vom Becker mit der Kollaboration mit Jaclyn Hill zusammen. Dann habe ich allerdings noch so günstige Sachen für euch. Das muss ich euch echt sagen. Also, ich hatte oft in meinem Primarkthorz erwähnt, dass ich zum Beispiel diese Brunch Club-Dinger voll geil fand. Und die sind immer noch zu haben. Die kosten 3 Euro. Sehr geile Highlighter, das kann ich euch sagen. Und gerade aktuell gibt es diese Double-Highlighter. Und Leute, die Dinger sind nicht mehr normal. Also, die sind sowas von schön. Ich trage den auch sehr, sehr häufig. Also, es ist ein ganz toller Highlighter. Alle beide. Sie machen wirklich einen ganz tollen Job. Kosch nur ein paar Euro. Und sind wirklich ganz, ganz, ganz arg toll. Ich habe bei einem Sale jetzt im Black Friday, habe ich mir Ofra-Highlighter bestellt. Und zwar in der Farbe Rodeo Drive. Und ich muss euch sagen, ihr braucht von dem absolut keine großen, großen Pens. Weil ich fand die so süß. Also, schaut mal, das ist so ein richtig kleiner Highlighter. Das ist auch so ein richtig universeller Highlighter. Ofra-Highlighter sind wirklich krass. Also, selbst für mich, die Highlighter-Mark, finde ich fast Ofra zu krass. Ihr müsst so aufpassen, dass ihr nicht plötzlich einen Spiegelbogen da drin habt. Das ist so heftig. Ich habe jetzt zum Beispiel auch nochmal welche. Das da habe ich euch auch mal gezeigt. Das ist die Dual Lights Highlighting Palette. Das ist die am krass genutzten. Ich zum Beispiel, ich habe sehr, sehr gerne diese vier Farben als Lidschatten benutzt. Und Leute, das ist absolut gar kein Problem, die als Lidschatten zu benutzen. So krass schöne Highlighter. Der hat einen so tollen Effekt auf der Haut. Und ich habe wirklich ganz arg viele davon einfach nur ganz alle auf dem Lid getragen. oder habe mir so wie jetzt so eine Verdunklung gemacht und das einfach auf die Mitte gegeben. So, so schön. Das ist immer noch, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist eins meiner Lieblings-Highlighter. Also, die einzelnen sind zwar schön, aber für das Geld, für 15, 16 Euro, wirklich neun, also sechs Stück, plus eigentlich geteilt zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun Highlighter zu bekommen, ist wirklich geil. Wie immer, ich kann halt diese eisigen nicht gebrauchen. Also, ich trage die allerhöchstens so im Inner Corner. Aber Leute, die sind sowas von intensiv. Also, die sind wirklich, wirklich heftig krass. Und zum Beispiel, das seht ihr ja mal, also das sind so Highlighter. Die spielen halt gar keine Spielchen. Also, ihr habt halt wirklich dann einen absolut krassen Glow. Aber ihr habt dann auch von jeder Farbe irgendwie in einer, ich sag mal so, in einer Packung was drinne, wo ich sage, das würde sich bestimmt lohnen für euch. Dann habe ich hier, ich muss voll durchgaloppieren, weil ich noch so viel Zeug auf meinem Tisch habe. Ihr werdet echt gespannt sein. Dann habe ich hier noch die I Love Sarahi Bath Highlighter. Das ist einmal der Bathé. Das ist mit der Dose of Color Package Kollaboration. Ich liebe I Love Sarahi. Und ich zum Beispiel, ich habe jetzt bei Colourpop, es kommt demnächst auch ein Colourpop Haul. Ich habe auch ihre neue Kollaboration mit Colourpop gekauft. Und will damit auch einen Look schminken. Ich denke, dass ich schon auch irgendwie Tutorials machen werde. Aber natürlich nicht mehr in der Intensität, wie ich es früher getan habe. Und dann habe ich noch einen in der Farbe So Matt. Und ich habe beide super oft benutzt. Sehr, sehr schöne Highlighter. Highlighter, wobei die Alida schuld ist, dass ich die gekauft habe. Danke, Schatz. Die hat mich total angefixt mit diesen MAC Highlightern von der Winter LE. Und zwar, das sind Multidimension Skin Finish Highlighter. Und zwar in zwei so heftigen Farben, dass ich ehrlich gesagt überhaupt nicht vorbeigucken konnte. Das ist so ein, ja, das ist so ein Gold. Aber das hier ist ein Pink mit einem Grünstich. Und Leute, ich kann euch gar nicht beschreiben, wie schön die auf der Haut aussehen. Also es ist wirklich so ein, das sind praktisch, die gibt es schon, die Dinger. Und die Lida hat mir erzählt, sie hat schon welche davon gehabt. Und das ist praktisch nur so eine andere Version davon gewesen. Aber so schön sah das auf der Haut aus. Und Gott sei Dank habe ich die Highlighter hiermit überstanden. Ich zeige euch jetzt mal die Setting Sprays und dann gehen wir mal zu dem, worauf ihr am meisten wartet. Ein sehr wichtiger Step in eurer Make-Up-Routine sollte auch eigentlich das Setten eures Make-Ups sein. Weil ich habe dieses Jahr wirklich sehr, sehr viel so an Techniken dazugelernt. Auch selber durch YouTube schauen natürlich. Ich denke einfach, dass Make-Up-Setten unnormal wichtig ist. Und ich habe euch da mal so vier Sprays. Sowohl zwei High-End-Produktmarken, wie auch sehr, sehr geile Dupes eigentlich schon fast. Und zwar, ich kann wirklich nur jedes einzelne Spray von Pixi empfehlen. Und zwar das Hydra Milking Mist benutze ich oft als Primer Spray, bevor ich irgendwie, damit ich so ein bisschen Feuchtigkeit habe. Dann habe ich das Rose Glow Mist, super schönes Mist, wo ihr praktisch über eurer Haut drüber gebt. Das zieht nochmal so, so krass eure Foundation an. Und dann habe ich hier noch ein Make-Up-Fixing Spray mit Rose Water und Green Tea. Das ist tatsächlich noch eins der Verpackungen, die ich bekommen hatte von der Glow. In der Glow Bag. Sehr, sehr schönes Produkt, sage ich euch. Gefällt mir unnormal. Aber, muss ehrlich dazu sagen, es ist wieder ein High-End-Produkt, was mich absolut überzeugt hat dieses Jahr. Und zwar, ich habe mir bei Douglas eine Weihnachtsverpackung gekauft. Und zwar gab es für 44 Euro zwei Setting Sprays von Urban Decay, die eigentlich 60 kosten. Also zwei Stück. Und ich habe mir hier das All-Nighter von Urban Decay gekauft. Das ist so ein krasses Setting Spray. Wenn ihr das über eure Haut gebt, es ist nicht nur so, dass es so ein bisschen die Puderkonsistenzen zusammenträgt. Es ist auch so, dass ihr praktisch komplett euer Gesicht gesettet bekommt. Es kriegt einen ganz, ganz tollen Finish. Und es sieht auch null putrig und null cakey aus. Und das bleibt wirklich stundenlang so. Also das ist wirklich First Class. Und Puder, also die Dinger, ich finde es ja nicht billig. Und wenn ihr das hochrechnet auf das, kommt ihr genau auf den Urban Decay Preis raus. Und zwar ist es einmal das Dewey Glow Fixing Spray und einmal das Prime & Fine von Catrice. Beide sind sehr, sehr, sehr geile Sprays. Aber ihr habt halt hier 50 Milliliter. Und in dem Ding sind, glaube ich, 100 drin. Was ist denn das? 100 oder 200? Ich weiß gar nicht, was da drin ist. 118. Also ihr müsstet praktisch, ja, also da kostet 15 Euro praktisch gegen 30 Euro. Aber ich finde halt trotzdem nicht billig, wenn ihr das hochrechnet. Ja, wie viele Flaschen ihr davon bräuchtet. Dann seid ihr auch bei 20 Euro. Es ist einfach so. Aber es macht ein sehr, sehr tolles Finish. Ihr habt da wirklich zwei Varianten, wie ihr praktisch euer Gesicht setten könnt. Ich habe noch was getestet und zwar das Iconic London. Da bin ich allerdings noch nicht ganz einig darüber. Es macht ein sehr schönes Finish, aber es ist einfach so, so, so ein bisschen fettig. Und das weiß ich jetzt nicht, ob mir das gefällt. Und jetzt, Leute, gehen wir mal zu den Jahresfavoritenpaletten, die ich wirklich in aller Regelmäßigkeit switche, tausche und auch tatsächlich benutze. Der größte Anteil an diesem Video wird einfach meine absolut tolle Palettensammlung sein. Dieses Jahr, ich sage halt immer, diese 30% Sales oder die 20% bei Douglas haben mir halt so viel geholfen, diese Preise dieser Paletten etwas zu rechtfertigen. Ich sage nicht, dass es günstig ist, auf gar keinen Fall. Weil günstig ist auf jeden Fall was anderes. Aber es gibt einfach Paletten, die ich so schön finde, dass ich wirklich sagen muss, ich habe mir auch eine zum 30. geschenkt. Das zeige ich euch als allerletztes, weil das wirklich was ganz, ganz Besonderes ist. Die ist auch wirklich sündhaft, sündhaft teuer. Und ich zeige euch jetzt erstmal die ersten Paletten, die ich von der ganzen Reihe mega finde. Ich habe fast, ich glaube komplett alle Dose of Colors Mini-Paletten. Und zwar die Snow Angel, Pretty Cool, Marvelous Morph, Baked Brown, Sassy Sienna und Blushing Berries. Ich zeige euch mal so ein bisschen die Farbschäben. Also hier haben wir einmal Blushing Berries. Dann haben wir Baked Brown, auch sehr, sehr schön. Sassy Sienna ist eines meiner Lieblings. Das ist so richtig peachy, voll geil im Sommer und Frühling. Dann habe ich Snow Angels, wo ich so, so schöne... Diese ist von der Texturen, von der Stempelung ein bisschen anders, weil die anderen haben solche Rifflungen drin. Aber dieses Blau ist wow. Also ich liebe gerade diese starken Farben. Die sind halt wirklich unfassbar schön. Und von der Farbgebung her auch extrem schön stark. Und dann habe ich hier noch eine Palette. Die könnte ich eigentlich das ganze Jahr durchgängig alleine benutzen. Und zwar hätte ich es gar nicht gedacht. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan mittlerweile von kühlen Tönen. Das heißt dunklem Lider und auch in so einem dreckigen Schlammbraun. Sehr, sehr, sehr geile Palette. Boah, verblendbar wie ein Traum. Das sieht ähnlich aus wie das, was ihr auf den Augen habt. Ist es aber nicht. Ich zeige euch gleich, was sie ist. Das ist auch eine ganz tolle... Die sind wirklich, ich finde, ein bisschen zu teuer. Also da kostet wirklich eine 30 Euro. Ich habe für eine so zwischen 18 und 21 bezahlt. Ich kaufe mir nie alles auf einmal. Ich kaufe mir auch nur im Sale. Und das sind ein paar Sammlerobjekte, die ich mittlerweile angesammelt habe. Und eine Palette, die ich auch wahnsinnig schön finde, ist die Marvelous Mauves. Das ist praktisch immer noch eine sehr Lady, Prinzess-like. Ich finde es so ein bisschen so eine Hochzeitspalette. Das sind aber im sehr kühlen Bereich gehalten. Aber wunderschön. Ich habe halt auch immer... Letztes Jahr in meinem Jahresfavoriten... ...habe ich eine sehr, sehr starke Schwäche für Juvia's Place gehabt dieses Jahr. Ich habe ja von Juvia's Place wirklich alle Paletten. Also nahezu alle, bis auf die etwas kleineren, weil die interessieren mich jetzt nicht so sehr. Hier haben wir einmal die Warrior Palette. Die ist ganz, ganz neu. Es gibt mittlerweile auch die Warrior 2. Ich werde dann einfach warten, bis sie bei Beauty Bay kommt. Das ist eine ganz, ganz tolle, neutrale Palette. Habe ich wunderschöne Looks mit geschminkt. Ähm, das sind gepresste Pigmente. Ihr müsst ein bisschen anders arbeiten. Ihr könnt halt das nicht reintippen und reinverblenden, weil dann gibt es übelst die Schlieren. Sondern ihr müsst packen und dann in kreisdäumigen Bewegungen arbeiten. Aber ich finde die wahnsinnig schön. Dann habe ich The Doos Palette von Juvia's. Geile Farbpalette. Dann The Festival ist die vorletzte, neueste Palette, die rausgekommen ist. Auch eine sehr geile Palette. Liebe ich auch sehr. Vor allem dieses Grau da oben finde ich auch mega geil für Smokies. Dann die Zaharan Palette. Richtig, richtig schön. Da liebe ich vor allem diesen Ton her, weil der einfach sehr besonders ist. Das ist so ein Limette, minzgelber Stich. Auch total schöne Farbe. Und dann die Zulu Palette. Die habe ich mir tatsächlich nur gekauft, weil Niki Tutorials ein wahnsinns Make-up damit geschminkt hatte. Und ich einfach beschlossen habe, ich würde das gerne recreaten. Habe das dann auch probiert. Es kam einigermaßen gut raus, habe aber leider keine Bilder gemacht. Also die Juvia's Place Paletten, wenn ihr die im Sale kauft, kosten die keine 15, 16 Euro pro Stück. Und das finde ich schon sehr, 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 sehr wenig Geld. Dann habe ich hier einen kleinen Haufen, bevor ich die etwas größeren Paletten raussuche. Und zwar zeige ich euch mal hier die Paletten, die ich praktisch als, also total durcheinander habe. Und zwar, ich habe dieses Jahr die Marke Make-up Obsession probiert. Und zwar ist das eine Tochtermarke von Make-up Revolution. Und da habe ich ganz, ganz tolle Paletten. Das ist einmal die Unicorn Palette. Dann habe ich hier einmal die The Warm-Up Palette, die ist so schön. Ich habe die so oft, also es sind wirklich so tolle. Das klebt ja schon wieder zusammen. Ach, das ist der Bepper. Ja, der Bepper klebt schon wieder zusammen. Dann, das ist wie gesagt die Warm-Up Palette. Ich kriege die irgendwie, ich kriege die auf. Ja, hier. Das ist die Warm-Up Palette, die habe ich zusammen jetzt benutzt. Sehr, sehr schöne Palette. Ist auch so voll High-End Qualität. Also auch so weich und verblendbar. Und eine, die ich wahnsinnig schön finde, ist, die habe ich mir zu Halloween gekauft. Be Very Afraid. Das ist ein so tolles Colors Game. Da sind zwei gepresste Glitzer. Also das sind wirklich Glitzer, die müsst ihr auftappen mit dem Klebstoff. Und diese Moe-farbenen Töne nehme ich sehr gerne, statt aus dieser Marvelous Moes von Those of Colors, nehme ich die günstere Variante, weil die aber für den Alltag, für die Arbeit vollkommen ausreicht. Dann, ich habe ja wirklich eine sehr, sehr große, ausgedehnte Colourpop-Sammlung. Und ich habe halt drei Paletten mir rausgesucht, wo ich dieses Jahr sehr häufig in der Hand hatte. Also häufiger wie die anderen. Da habe ich einmal die Zodiac-Palette von Kathleen Nights. Kathleen Nights ist nochmal vertreten. Ich fand diese gräulichen Tonen total schön. Das ist natürlich immer meins. Dann hier dieses wunderschöne Aprikose-Mandarine da oben. Und auch dieses Lila-Wand fand ich sehr toll. Und ich fand auch diese Zusammenstellung sehr, sehr schön. Ich mag diese Größen auch total gut. Also total gern. Also ich kann damit mega Lux machen und stecke die mir einfach in die Handtasche. Und das ist echt der Shit, sage ich euch. Dann habe ich hier einmal die Stream-Street-Palette. Die sieht schon ziemlich rabiat benutzt aus. Das ist eines der schönsten Paletten, die ich besitze. Auch allgemein die Größe, die Farbzusammenstellung und auch die Varieties, die ich machen kann. Was mir halt nur so ein bisschen fehlt, ist so ein ganz dunkles Schwarz oder so. Aber das ist halt nicht in jeder Palette möglich. Dafür nehme ich dann immer noch natürlich noch eine andere mit. Und dann kam noch eine raus, die ich auch sehr, sehr schön finde. Und da benutze ich wirklich häufig die Farben raus. Und zwar haben wir einmal die Good Sports Palette. Sehr, sehr schön. Vor allem dieses Rookie und diese zwei Töne hier. Und der sieht sehr, sehr schön aus. Wie gesagt, die kosten immer so 14 Dollar, 15 Dollar. Je nachdem. Knitty schläft total auf meinem... Der ist total verpennt. Der schläft voll auf meinem Ding. Der ist so viel am Schlafen. Der ist so süß, wirklich. Aber wenn er schläft, muss er sofort Pipi machen. Und deswegen setze ich ihn jetzt auch nicht ab, weil sonst könnte das hier eine kleine Pfütze geben. Dann eine wunderschöne Palette. Die Hattie Schmidt Palette. Ich habe die so häufig benutzt. Ich habe ganz, ganz viele dunkle Töne davon benutzt. Hatties Shade habe ich ganz oft benutzt. Das Hope habe ich sehr oft benutzt. Und das ist auch so eine Palette, da könnt ihr wirklich mega, mega schöne Looks mitschwinken. Ich finde es sehr, sehr schade, dass die Hatt Limited ist. Ich habe ja zwei davon. Eine unterschriebene und eine, die ich tatsächlich nur benutze. Weil sonst würde jetzt die eine kaputt gehen. Und das wäre mir sehr schade. Weil mir ist es sehr, sehr wichtig, diese Unterschrift nicht kaputt gehen zu lassen. Und das war wirklich ein sehr, sehr großes Favorite dieses Jahr. Also die Hattie Palette, die habe ich mir selber gekauft von ihr. Und dann habe ich mich ja ganz zufällig in die Schlange gestellt. Und habe sie ja auch treffen dürfen. Total die Liebe und total die Hübsche. Vor allen Dingen auch voll süß, wie klein die ist. Und ich habe noch ein paar andere Paletten, bevor wir hier noch einschlafen. Das ist einmal die Friend Cason Palette von Desi & Katie. Das Einzige, was mich jetzt echt langsam so ein bisschen stört, ist die Verpackung. Weil sie einfach nicht so hochwertig aussieht, wie ich es einfach gewohnt bin. Aber Wahnsinnsfarben. Die ist auch ganz, ganz häufig im Sale. Das Außen, das müsste jetzt nicht sein. Das ist mir jetzt zum Beispiel zu rau. Das gefällt mir jetzt nicht so 100%. Dann habe ich dieses Jahr Nabla Cosmetics probiert. Und zwar habe ich jetzt hier aus der Feather Collection, habe ich mir ja nahezu alle Töne eigentlich gekauft, weil die alle sehr kühl sind. Das ist in so einem magnetischen Ding sehr, sehr geile Palette. Also ich habe die mir selber zusammengestellt. Da fehlt jetzt noch eine. Die werde ich mal im Sale, werde ich damit noch irgendwas dazwischen setzen, damit es voll ist. Also ich habe hier das unfassbarste Schwarz, was ich je gekauft hatte. Dann ein ganz tolles Blau und diese Farbintensität. Ich finde die echt vom anderen Stern. Und auch so vom Swatch her ist es halt wirklich so heftig schön, dass ich sagen muss, Nabla Cosmetics überrascht mich sehr. Also es ist eigentlich total schade, dass das nicht mehr gezeigt wird. Nabla ist ganz, ganz toll. Da soll auch der Concealer sehr toll sein. Dann hat eine Freundin mir erzählt. Aber ich sage mal so, ich habe jetzt halt zum Beispiel für Makeup Revolution, benutze ich zum Beispiel die Concealer, diese Concealer Define. Ich finde den sehr schön hydrating. Ich finde den schön, nicht creasing unter den Auge, gar nichts. Also bei Concealer bin ich jetzt nicht dazu geneigt, 30 Euro auszugeben. Da gebe ich lieber für Foundations 30 Euro aus und habe dann aber was davon, ja. Und auf jeden Fall, diese Palette ist super schön. Die konntet ihr praktisch alle einzeln kaufen. Und ich habe dann halt diese Zee Palette dazu gekauft. Und die war auch sehr schön. Eines von der ärgerlichen Black Friday Dings, habe ich hier diese Vivid Pigments, da ist leider das Spiegel kaputt. Diese Vivid Pigments, hätte ich niemals gedacht, dass ich die so häufig benutze. Aber ich benutze sie tatsächlich für die Arbeit richtig gerne. Manchmal gehe ich wirklich mit einem knallgrünen Auge, mit einem Liner einfach in die Arbeit. Total witzig. Und was halt auch total vom Farbschema her geil ist, ihr könnt halt wirklich die Reihe lang gehen. Also ihr habt hier praktisch so einen Peach, ihr könnt dort praktisch das, das und das nehmen und dann praktisch einen Liner drüber und fertig. Das ist eine wirklich unfassbar gute Qualität. Ich habe auch noch einzeln, ja genau, ich habe hier noch welche. Da sind auch noch welche drin. Ja, ich glaube sogar, dass es eventuell dieselben sind. Das weiß ich aber nicht ganz genau, nicht ganz. Da habe ich noch einzelne Package, die habe ich mir auch mal im Sale gekauft. Unfassbar schöne Palette. Ich liebe sie über alles. Also die ist wirklich, wenn ich irgendwie Farbe brauche. Ihr müsst halt bei Farbe immer bedenken. Da sind halt starke Pigmente sehr wichtig, weil ansonsten kriegt ihr die Farbübertragung einfach nicht auf die Reihe. Ein paar Too Faced Paletten, die mir sehr gut gefallen ist, wo ich auch ehrlich gesagt mit der Alida vollkommen einig bin. Ich weiß gar nicht, ob sie die hat. Das wäre einmal die Gingerbread Palette von Too Faced. Nicht nur, dass die unnormal geil nach Schokolade riecht, die ist einfach nur wunderschön. Sie hat auch eine ganz tolle Qualität und ich arbeite sehr, sehr gerne mit ihr. Ehrlich gesagt, die schönste, die ich von Too Faced habe, ist einfach die Gold Palette, die immer noch nach sieben, acht Monaten nach Kinderschokolade riecht. Und zwar nach der originalen Kinderschokolade, nicht nach einer gefälschten. Unglaubliche Palette, sage ich euch. Die hat so tolle Schimmertöne und das Gold ist wunderschön. Also ich kann da leider nichts Schlechtes zu sagen. Es ist wirklich eine tolle Palette, die ihr wirklich so benutzen könnt für den Alltag. Ihr könnt dann praktisch so richtig in die Kacke hauen oder praktisch Farbe rausholen. Auch eine gute Too Faced Palette war die Natural Face Palette. Also es ist jetzt noch ein Face Produkt, aber es ist auch eine Palette. Da habt ihr praktisch einen Bronzer drin, einen matten Bronzer, einen Shimmer Bronzer, Blushes und dann so Highlighter in so ein bisschen so einem changierenden Pink, Gold. Sehr, sehr schön. Mir gefällt die sehr, sehr gut. Die habe ich auch immer wieder auf Reisen dabei. Also die war auf der Glow auch dabei. Und dann, ich habe halt einfach eine absolute Schwäche für Jeffree Star Produkte. Ich kann euch von den Lippenstiften, ziehe ich jetzt gleich die Schublade raus und zeige euch nur einzelne Marken, die ich sehr, sehr cool fand. Und zwar habe ich hier zwei Paletten, die ich erst neu habe seit zwei Monaten. Und muss euch sagen, die ist so geil. Da haben wir hier einmal die Androgyny Palette von Jeffree Star. Auch total geiles Colors geben. Ich habe da auch super gern schon mit gearbeitet. Und einmal habe ich die Beauty Killer. Die ist ein bisschen krasser drauf, die Palette, aber auch sehr, sehr geil. Und ich glaube, mit Abstand, die krasseste Palette dieses Jahr war einfach die Blood Sugar. Also die Blood Sugar war für mich dieses Jahr einfach eines von diesen Paletten, die so rausgestochen ist, auch von dem Packaging, auch von der Qualität der Produkte. Also ich bin halt ein ganz, ganz großer Jeffree Star Fan. Das ist überhaupt kein Thema. Ich liebe seine Attitude. Ich liebe seine Videos. Ich mag seinen Kanal unheimlich gerne. Er ist so hilarious. Er ist so lustig. Also es ist echt geil. Also ich gucke so gerne seine Videos. Finde auch irgendwie, dass er total, auch sein Reich doof getue. Er ist irgendwie auch irgendwie voll witzig. Also ich mag den. Ich finde ihn ganz cool, dass er halt ein bisschen tuckig ist. Das stört mich zum Beispiel überhaupt nicht, weil er einfach mega, mega, mega ein geiler Make-up Artist für mich ist. Und er hat auch wirklich Ahnung vom Make-up. Also er hat auch wirklich Trends. Er riecht Trends und das finde ich auch sehr toll. Dann zwei Paletten, wo Alida und ich auch zusammensitzen können, ist einmal die Sultry Palette von Anastasia Beverly Hills. Ist halt der gräuliche Traum schlechthin. Und ehrlich gesagt, die Soft Glam. Die Soft Glam Palette ist bei ganz, ganz vielen. Also ich habe zum Beispiel die Modern Renaissance nie gekauft und würde ich jetzt auch nicht, weil ehrlich gesagt die mich überhaupt nicht interessiert. Das ist wirklich eine Wahnsinnspalette. Die ist so und die, ihr seht mal wie, die verbraucht ist von mir. Also es ist schon heftig. Also ich merke das oft im Alltag, wenn ich zum Beispiel meine Schublade aufmache, welche Art von Produkte ich auch wirklich rausziehen würde. Und das sind meistens die. Jetzt zeige ich euch eine Palette, die für mich dieses Jahr, obwohl sie erst seit zwei Wochen da ist, wirklich alles geschlagen hat, was ich je in meiner Hand halte. Und zwar reden wir von der Pat McGrath Mothership Bronze Deduction Palette. Und zwar, ich finde die so heftig. Das ist auch das, was ich komplett auf meinem Auge trage. Okay, ich habe dieses in die Transition gepackt und habe dann praktisch damit einen Rundbogen gemalt, habe es mit dem hier ausgeblendet und dann praktisch dieses wunderschöne, schimmrige Grün hier reingepackt. Die Palette war jeden Cent wert. Die hat mich etwas über 113 Euro gekostet, aber ich habe die mir jetzt zum 30. gegönnt, weil ich einfach die Verpackung so heftig finde. Ich finde auch den Spiegel, seht ihr, das ist so an der Rand, am Rand, das sieht aus wie so ein Hofmeisterspiegel hier irgendwie, total schön gemacht. Das ist auch wirklich eine Palette, auch hinten ist die Gold. Natasha Denona, da interessiert mich tatsächlich die Gold Palette, die finde ich jetzt echt interessant, aber jetzt ansonsten würde mich jetzt da keine einzige von interessieren. Und jetzt kommen wir mal zu den Lippenprodukten und da zeige ich euch mal Schritt für Schritt so die einzelnen Marken, die ich getestet habe. Mein Gott, ich kriege schon Altersverscheinungen. Also jetzt kommen wir mal zu den Lippenprodukten. Also Lippenprodukte habe ich dieses Jahr einige Produkte getestet. Und zwar, es ist kein Geheimnis, dass ich diese Liquid Lipsticks von Jeffree Star über alles liebe. Jeffree Star hat die geilste Formulierung. Sie ist für mich nicht so trocken und sehr farbintensiv. Mega schön, sage ich euch. Ich habe da, glaube ich, 34 Stück von. Ich kaufe die auch nur im Sale, weil ich habe zum Beispiel jetzt die neueren Farben, jetzt hier zum Beispiel die aus der Alien Edition, zum Beispiel diese hier. Die habe ich mir alle dann gekauft, als es rausgekommen ist. Und die finde ich auch sehr, sehr schön. Einen Lippenstift, den ich zum Beispiel sehr schön finde, ist die Farbe Matte Moselle von Rihanna. Die sie jetzt bei Sephora zu kaufen gibt, finde ich sehr schön. Ich finde die Jouer Liquid Lipsticks sehr, sehr gut. Ganz, ganz krasses Favorite sind die Lip Stunners. Ich trage auch auf meinen Lippen den Uncuffed. Den trage ich auf meinen Lippen. Der sieht ein bisschen heller aus dort, wie auf den Lippen. Sehr, sehr schönes Produkt. Dann, ich habe sehr, sehr gerne dieses Jahr diese Lip Bombe getragen von Fenty Beauty. Also das ist ein totaler, universaler Gloss. Der ist richtig schön. Und was ich auch empfehlen kann, sind alle Too Faced Melted Mattes. Die sind sehr, sehr schön. Ganz neu dazu gekommen sind dieses Jahr Dose of Colors Glosse und Matte. Und die sind wirklich sehr schön. Ich habe Lippenstifte, muss ich euch ehrlich sagen, eher weniger benutzt. Dieses Jahr habe ich Lippenstiften leider sehr wenig benutzt. Ich habe, wie immer, meine Maybelline Lippenstifte finde ich sehr, sehr schön. Also Maybelline hat ganz, ganz tolle Qualität. Also da kann man überhaupt nichts meckern. Eine wunderschöne Farbrange und auch ganz, ganz tolle Produkte haben die. Es kommen immer wieder, guten Morgen. Es kommen immer wieder ganz tolle Farben dazu, die ich unfassbar schön finde. Und Leute, das waren auch meine Jahresfavoriten. Und was war noch mein Jahresfavorit? Meine Jahresfavoriten war im Sommer der Einzug von Krischi. Ein großer Jahresfavorit ist auch dieser kleine Mann hier. Wir haben ja jetzt praktisch zwei Hunde und unsere Six Cats. Und ich muss euch sagen, ich lebe und sterbe für meine Haustiere. Das ist einfach so schön. Ich bin sehr viel zu Hause. Das müsst ihr auch so sehen. Ich bin sehr viel zu Hause. Ich habe sehr viel Zeit. Oh, jetzt ist es aber gut. Boah, der Mundgeruch. Ich habe wirklich sehr viel Zeit für meine Haustiere. Ich habe ehrlich gesagt, das, was mein Mann für sein Auto ausgibt oder was man ausgeben muss, um einfach so ein Auto zu fahren, er fährt eine E-Klasse, habe ich einfach von meiner Haustiere. Ich wollte einen kleinen Hund und ich habe einen kleinen Hund. Er wiegt jetzt knapp 850 Gramm. Allein 50 Gramm Augen. Jetzt geht er schon wieder. Und ich muss euch sagen, es ist ein sehr, sehr großes Glück und ein großes Privileg, mir das leisten zu können. Das ist mir so, so tolle Gefährten für mein Leben zu holen. Ich habe ganz, ganz tolle, jetzt gähnt ihr gleich schon wieder. Ja, das ist typisch Wölfe. Es ist einfach ein ganz, ganz tolles Geschenk, mich um diese Geschöpfe kümmern zu dürfen. Dass sie gesund sind, liegt daran, dass ich halt wirklich ganz teures Futter kaufe. Ich kaufe anständiges Futter. Spart auch lieber nicht daran, Leute. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe letztes Jahr den großen Fehler gemacht, dass ich einmal, da war halt ein Monat, da war halt nicht besonders gut. Ich habe halt meine Arbeit gewechselt und alles mögliche. Und da hatte ich halt das Geld einfach nicht. Und ich habe dann halt einen günstigeren Futtersack gekauft. Daran ist mir fast meine Katze gestorben, weil er halt dadurch einen Lebertumor entwickelt hatte, durch die ganzen Inhaltsstoffe. Das kann sein, dass eure Tiere unnormal schlecht reagieren. Nuki zum Beispiel kriegt von Anfang an auch so sehr, also sehr kalziumförderndes Futter, dass er praktisch auch gut in den Knochen ist. Weil er ist halt einfach noch 900 Gramm schwer. Also da ist halt nicht viel Hund dran. Unser Großer zum Beispiel, der frisst auch nicht zu viel und nicht zu wenig. Du himmelst die Mutter an. Das ist voll schlimm. Der hat überall Highlighter. Du Süßer. Er ist ein sehr ruhiger Chihuahua, muss ich sagen. Also er ist sehr gelehrig. Also Leute unterschätzt keine Chihuahuas. Chihuahuas sind richtige Pitbulls, sage ich euch. Also ich sage euch, der Kleine, der ist sich nicht zu schade, sich vor die Katze zu stellen und ihn anzuscheißen. Wenn er irgendwie das Gefühl hat, mich beschützen zu müssen. Also es ist ganz heftig. Der wiegt 900 Gramm und kackt meine 10 Kilo Katze an. Also es ist so heftig. Er hat auch ein sehr, sehr soziales Verhalten. Er ist sehr, sehr lieb. Er ist ganz, ganz lieb mit meiner Schwiegermutter, mit meinem Papa zum Beispiel. Mein Vater hat ihn gesehen. Er hat ihn sehr, sehr ins Herz geschlossen. Es war unfassbar schön, die beiden zu sehen. Ein ganz, ganz tolles Gefühl, dass er sich so arg gefreut hat. Ich muss jetzt halt nur ein bisschen warten, bis er ein bisschen größer und stabiler ist. Dann wird er auch mal zum Papa immer wieder mal gehen. Weil ich denke, der Papa wird sich bestimmt freuen. Eigentlich war er ein größerer Hund angedacht. Aber wir haben einfach auch gedacht, aufgrund der Wohnsituation muss man einfach auch gucken, dass man nicht zu groß einen Hund daher holt. Und ihr müsst euch das auch leisten können. Weil nochmal so ein Hund, dann natürlich Vermieter und so, müssen dann natürlich auch mitspielen. Bei so einem Hund sagen die eher weniger was. Aber wenn es zum Beispiel ein zu großer Hund ist, ist es dann auch wieder nicht gut. Was war noch ein großes Jahresfavorit von mir? Auf jeden Fall mein Kanal. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, euch kennengelernt zu haben. Und auf jeden Fall wollte ich weitermachen. Es ist halt nur so, dass ich absolut keine Hochladetage einhalten kann. Gerade weil ich einfach so viel arbeite, dass ich manchmal pre-filme. Manchmal schaffe ich fünf Videos an einem Tag. Manchmal schaffe ich kein einziges in drei Wochen. Ich habe mich jetzt auch mit Mühe und Not mal hingesetzt. Und wirklich alles, also mein Tisch sieht aus wie bei den Messis. Alles voll, alles voll geknallt. Aber ich wollte dieses Video für euch drehen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr weiterhin dabei seid. Und dass wir, ich hoffe, mal nächstes Jahr die 3000 Abonnenten knacken können. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald, bald wieder, meine Schätze. Und zwar im neuen Jahr erst wieder, weil ich jetzt bis dahin auch ein bisschen frei habe. Das werde ich jetzt meiner Familie auch genießen. Und der kleine Mann, der muss so schnell wie möglich sauber werden. Das kostet natürlich auch viel Zeit. Und wir werden uns auf jeden Fall bald, bald wiedersehen, meine Schätze. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Rutsch. Rutscht nicht zu doll. Kauft keine Böller, spendet lieber irgendwas. Oder kauft einfach keine, weil es gibt so viele Haustiere. Also ich kann euch nur sagen, mein Hund wird wieder am Montag gekauert. Unter irgendeinem Möbelstück liegen. Und das ist absolut scheiße. Ich hoffe, dass der Kleine einigermaßen damit zurechtkommt. Er liegt ja meistens unter der Decke. Ich denke, da wird er auch sein Leben verbringen, bis er stirbt. Und dann werden wir uns auf jeden Fall bald wiedersehen im neuen Jahr. Und bye, bye. Untertitelung des ZDF für funk, 2020 Die Mai